Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich beim Pretty Nail Shop 24. Mein Name ist Anna. Jeans, Denim oder Nietenhose, egal wie man sie bezeichnet, aus der Designerwelt sind diese Hosen nicht mehr wegzudenken. Das haben wir zum Anlass genommen, die gute alte Jeanshose auch mal anders zu tragen. Hier zeige ich dir, wie du deine Fingernägel im stylischen Jeanslook kleidest. Trage auf den fertig modellierten Nagel das Farbgel Jeans Glimmer auf. Lass das Gel zwei Minuten in der UV-Lampe aushärten. Überziehe den Nagel anschließend mit einer dünnen Schicht Aufbaugeel und lass es erneut zwei Minuten unter der UV-Lampe aushärten. Nachdem du die Schwitzschicht entfernt hast, mattierst du den Nagel mit einem Buffer vorsichtig an. Nun zeichnest du mit einem feinen Nailartpinsel und der Kreativ-Malfarbe Schwarz Taschen und ein Gürtel mit Gürtelschlaufe. In der Kreativ-Malfarbe Pfirsich malst du in mehreren feinen Strichen die Nähte. Jetzt werden die Taschen mit der Kreativ-Malfarbe Weiß noch ganz leicht konturiert. Wenn alle Farben ausreichend an der Luft getrocknet sind, trägst du ein Versiegelungsgel auf. Bevor das Gel ausgehärtet wird, legst du noch zwei Nailartstones gelb als Nieten in die Taschenecken. Lass jetzt nochmal zwei Minuten in der UV-Lampe aushärten. Entferne zum Schluss die Schwitzschicht mit ausreichend Cleaner. Durch die unterschiedlichen Ansichten lässt sich jeder einzelne Nagel ganz individuell anziehen. Eine Übersicht unserer Farben und Materialien findest du übrigens im Online-Shop. Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht dir deine Anna.